Gut, erst mal herzlich willkommen, Len. Schön, dass du Zeit hast. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Am 12. und am 19. März laufen die beiden neuen Kroatien-Krimis. Wie viel darfst du denn schon verraten? Oh, was darf ich verraten? Also es werden auf jeden Fall wieder zwei ganz spannende, tolle Geschichten. Wir haben tolle neue Kollegen. Wir erzählen wieder ein großes Stück Kroatien, natürlich mit dieser wahnsinns schönen Kulisse, aber auch einem großen Stück kroatischem Leben. Und die Beziehung der Ermittler wird auf die Probe gestellt und es gibt viele große Fragezeichen, die da auftauchen. Und die werden wir mit sehr viel Bravour und Spannung lösen, hoffentlich. Ja, du bekommst eine neue Kollegin an deine Seite gestellt. Stascha heißt sie und wird von Jasmin Gerhardt gespielt. Wie war es mit ihr zusammen jetzt zu arbeiten? Also mit Jasmin als Person ist es natürlich toll, als tolle Kollegin. Wir haben denselben Humor, wir haben dieselbe Vorstellung, wie man spielt, wie man Filme macht, wie man miteinander auch Lebenszeit verbringt. Filmen im Ausland heißt ja auch mit gemeinsam Lebenszeit verbringen. Und das muss man immer mit Qualität tun. Und das macht natürlich mit Jasmin sehr viel Spaß, weil es immer mit sehr viel Humor verbunden ist. Vor der Kamera ist das sehr, sehr spannend, weil Stascha einfach eine spannende Figur ist. Es ist eine moderne, starke Frauenfigur, die genau weiß, was sie möchte und ganz professionell als Polizistin ist. Und das passt natürlich zum Emil sehr gut, der ein treuer Hund ist und der sehr auf sein Team aufpasst. Und ja, das ist auf jeden Fall eine spannende, heiße Konstellation. Ja, also Jasmin scheint ja auch, oder ihre Figur, die Stascha, scheint ja auch ein ganz anderer Typ zu sein, als die Branka, die vorher die Chefin von Emil war. Es ist ein anderer Typ, aber es ist nicht weniger modern und nicht weniger attraktiv im Sinne auch einer Frauenfigur, die eben sich nicht diesen Klischees einer kroatischen Frau unterwirft. Und das passt dem Emil sehr gut, weil Emil ist eben auch ein moderner Mann, dem ist es im Grunde genommen wurscht, Mann, Weiblein, wer da sein Chef, Chefin ist. Und dem ist es einfach wichtig, dass er ein gutes Team hat, auf das er sich verlassen kann, dem er vertrauen kann, weil das ist das Wichtigste für Emil. Und wenn wir jetzt mal auf den Kroatien-Krimi gucken, der läuft ja am Donnerstag, wo auch viele andere Krimis laufen, Lissabon und so. Also wenn du die mal vergleichen würdest, was ist das Besondere an eurem Kroatien-Krimi? Ach, das sind alles tolle Formate auf dem Donnerstagabend. Beim Kroatien-Krimi ist halt, also was ich an unserem Kroatien-Krimi liebe, ist, dass das wirkliche kroatische Leben einfach immer mitschwingt. Und unser wunderbarer Drehbuchautor Christoph Dahnstedt, Nino Schaltner, Ulf Schautner, das sind einfach zwei Autoren, die darauf achten, dass man Kroatien spürt. Das ist zwar, das ist nicht nur der Krimi-Fall ist das Wichtige, sondern das ganze Leben, was darunter stattfindet, die Figuren, die haben alle eine Backstory. Und man kriegt wirklich ein Gefühl von Kroatien. Und ich glaube schon, dass das das Besondere ist. Das sind jetzt die Fälle sieben und acht, also vier Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Wie gut kennst du dich aus inzwischen dort? Na, also wenn ich nach Split fahre, dann ist es schon ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich spreche zwar noch nicht viel Kroatisch, aber ich verstehe sehr viel, weil ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, Russisch und Deutsch. Und das Kroatische hat viele russische Worte, also die man zumindest versteht. Jetzt so als Vegetarier wird es jetzt auch wieder ein bisschen einfacher in Split. Das kommt dort an, weil eigentlich ist die kroatische Küche schon sehr fleischlastig. Aber wir haben, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das heißt, die Kulinarik bleibt dort nicht auf der Strecke. Du hast ja schon angesprochen, man verbringt auch viel Lebenszeit dann dort miteinander. Was macht ihr denn so in den Drehpausen oder wenn ihr einen freien Tag habt? Was gibt es da Interessantes? Wir sind direkt am Meer. In der Drehpause kann man natürlich nicht viel machen, außer warten, bis man wieder dran ist. Ansonsten, man ist am Meer, man geht baden, man geht spazieren, man trifft sich, man sitzt am... Ach, das ist so schön, wenn man am Wasser wohnt, dann hat man einfach ein ganz anderes Lebensgefühl als in einer Großstadt. Und das zelebrieren wir dort. Wir haben ein großartiges Team. Wir haben zum größten Teil ist das Team kroatisch. Nur die Heads, das heißt Regie, Kamera und die großen Rollen. Schauspieler sind Deutsch, alle anderen sind Kroaten. Wir verständigen uns auf Englisch und tauschen uns aus. Das ist mittlerweile auch schon so zusammengewachsen, weil sich das eben auch nicht großartig ändert, dass wir zusammen Zeit verbringen. Eis essen zum Beispiel. Čiwab Či Či ist leider mit Fleisch, aber da gibt es auch vegetarische. Das ist dann natürlich nicht mehr so ganz kroatisch, aber naja. Und hast du einen Lieblingsort inzwischen gefunden dort? Es gibt direkt an der Küste, da gibt es einen Berg direkt in Split, der heißt Marjan, das ist ein Naturpark. Da kann man Fahrrad fahren, joggen, da gibt es auch einen kleinen Tierpark. Und kurz vor dem Marjan gibt es ein Café, wo man sitzen kann und man kann über die ganze Stadt gucken. Das ist so wunderschön und wenn man da richtig früh morgens hingeht, dann geht da die Sonne auf. Und wenn man abends hingeht, dann geht auf der anderen Seite des Cafés die Sonne unter. Und vor einem liegt die Stadt und das Meer. Und das ist schon die Stadt und das Meer. Postkartenmotiv, ja. Das ist wirklich ein Postkartenmotiv und wenn man da sitzt, fühlt man sich als Teil der Postkarte. Was würdest du denn deutschen Touristen empfehlen, wenn sie nach Split wollen, was sie unbedingt sehen müssen? Gibt es da was? Na, Split hat natürlich diese alte römische Stadt, diesen Stadtkern, der immer noch zu großen Teilen erhalten geblieben ist, mit seinen einzelnen architektonischen Bauten, die sozusagen über die Jahrhunderte sich aufeinander geschichtet haben. Die Glutianspalast, das ist natürlich großartig. Ansonsten kann man dort auf eine Fähre in Inselhopping machen. Es ist einfach dort schön. Die Wasserqualität ist der Wahnsinn. Die Menschen sind sehr, sehr herzlich. Und man ist dort willkommen als Tourist. Und wenn man sich dementsprechend auch verhält, dann ändert sich das hoffentlich auch lange, lange nicht. Du hast schon gesagt, ihr arbeitet auch mit kroatischen Kollegen zusammen. Laufen denn eure Filme eigentlich auch im kroatischen Fernsehen? Kennt man euch dort? Ja, ich glaube, die ersten Filme wurden jetzt dort auch gezeigt. Und man mag uns dort sehr, weil wir eben dort als Filmteam, als Filmcrew, als Schauspieler mit Stoffen kommen, die einerseits das kroatische Leben darstellen, aber auch so ein bisschen hinterfragen. Und das nimmt man wahr und das wird auch wohlwollend wahrgenommen, zumindest von den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und ja, die Filme kommen dort sehr, sehr gut an. Wir sind dort auf Festivals gelaufen. Ja, das ist einfach ein Teil von Split mittlerweile, unsere Dreharbeiten. Und werdet ihr auf der Straße erkannt? Ja, aber jetzt tatsächlich eher von deutschen Touristen als von den Kroaten, die Kroatien lieben, die die Kroatien-Krimis lieben oder die uns eben aus anderen Filmen kennen. Und das ist dann immer schön, dort auch ein kleines Pläuschchen zu halten auf der Riva. Und dann über den Kroatien-Krimi zu philosophieren. Das ist schön. Gut, dann war es das eigentlich schon von mir. Super. 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 Super.